So miserable Gaukler hatten wir noch nie. Hoffentlich stecken sie die Burg nicht in Brand mit ihren Fackeln. Sie hat schon mal gebrannt, zur Zeit meines Urgroßvaters. Doch das war während einer Belagerung. Sie haben Kinder, wir sind arm gegen Sie. Auf dem Seil laufen kannst du nicht gut. Kannst du noch etwas anderes? Die Zukunft lesen. Aus den Augen und aus der Hand. Wie schön und traurig deine Augen sind, Herrin. Das weiß ich auch. Trotzdem kann ich nicht die Zukunft lesen. Weil das nur sehr wenige können. Aber zuerst musst du mir ein Geschenk geben, damit ich weitersehen kann. Gibst du mir deinen Ring? Das war gut, weil du sonst nicht erfahren hättest, dass die Fische heute Abend ihre Netze einholen. Aber es wird nur ein einziger Fisch drin sein. Den Fisch musst du kochen. Das Wasser gibt deiner Stute zu trinken, den Kopf wirft deiner Hündin vor. Das Fleisch ist auf und die Greten vergrabe im Garten. In einem Jahr wirst du glücklich sein. Und in drei Jahren noch glücklicher, weil dann dein Sohn zurückkehrt. Hör zu, du Lügnerin. Der See am Schloss ist voller Fische. Das hat es noch nie gegeben, dass die Netze nicht voll waren.